Spannende Ich glaube, ich habe mich hier gelobt in der Jörgweide, ich habe jetzt richtig heilig, ganz schnell, genau in den Moment, bevor wir wieder reichen. Ich würde Ihnen geschenkt werden, Uwe Lang und Marcel Steiner sind jetzt natürlich genau gelobt. Ich würde Ihnen sagen, ich würde Ihnen gerne gelobt. Aber es ist okay. Jörg Weidinger ist unterwegs, schafft er den Gesamtsieg mit Sicherheit. Jörg Weidinger ist unterwegs, aber ich weiss nicht was. Jörg Weidinger, herzlichen Glückwunsch zum Gesamtsieg. Waren Sie mit den drei Läufen heute zufrieden? Mit mir war ich sehr zufrieden, absolut. Wir haben jeweils immer vom Auto, vom Setup, von den Reifen das richtige Fenster getroffen, dass wir bei diesen Bedingungen jeweils alles so hingestellt haben, dass wir eigentlich relativ locker vorne fahren konnten. Der Drittlauf war noch richtig spannend jetzt. Da war der Marcel ganz knapp dran. Das hat doch gereicht. Ich muss zufrieden sein, ja, absolut. Weil der Streckenrekord liegt, glaube ich, bei einem Formel 3000, 1,08 und noch was. Wäre es möglich gewesen, wenn Sie drei trockene Läufe gemacht hätten? Eventuell schon. Der Rekord liegt meines Wissens bei 1,08 tief, bei 1,0813. Das heißt, wir sind effektiv noch sieben Zehntelsekunden weg. Das ist viel auf 2,6 Kilometern. Nichtsdestotrotz, ich habe mich gerade eben mit Marcel Steiner unterhalten. Im nächsten Jahr sollte man schauen, dass wir daran arbeiten. Okay, wir sehen uns bei der Siegerehrung. Tschüss. Danke.